Untertitelung des ZDF, 2020 Der dadurch ausgelöste Konflikt sollte die ganze Welt in Brand setzen. Ein Dominostein nach dem anderen fällt. Die großen Imperien, gierig nach mehr Einfluss, streben danach, das Machtgleichgewicht zu ihren Gunsten zu verschieben. Österreich-Ungarn fordert Vergeltung und erklärt Serbien den Krieg. Dadurch stehen Russland und das Deutsche Reich auf gegnerischen Seiten. Frankreich und Großbritannien kommen ihren Verteidigungsabkommen nach und stellen ihre Fronten auf. Europa befindet sich nun im Krieg. Tausende Berufssoldaten und Reservisten marschieren zur französisch-belgischen Grenze, wo ihr Schicksal sie erwartet. Dieser Konflikt sollte größer werden als alle vorherigen. Moderne Technologie sollte das Gesicht des Krieges und das Ausmaß der Gewalt in einem Maße verändern, das niemand jemals hätte voraussehen können. Innerhalb von vier Monaten verschwanden die alten Kavallerieangriffe und Gefechtslinien. Stattdessen wurden Kämpfe vom Donner der Artillerie und dem Hagel der Maschinengewehre dominiert. Diese neue Gefechtssituation zwang ganze Armeen dazu, sich tief im Dreck einzugraben und ihre Stellung mit einer Reihe von Gräben zu sichern. Sieg oder Niederlage einer Schlacht wurde in Zentimetern gemessen. So wurde die Westfront gebildet. Von den Feldern Flanderns bis zur Schweizer Grenze standen sich die großen Nationen an ihr gegenüber. Das Schicksal von Millionen lag nun in den Händen weniger Männer. Und damit, liebe Freunde des gepflegten Strategiespielspaßes, willkommen zu The Great War Western Front. Ich habe ja bereits vor einiger Zeit schon mir die Demo angeschaut und dort eine Echtzeitschlacht versucht zu schlagen im Grabenkampf. Und heute am 30.03. erscheint nun das komplette Spiel, die Vollversion des Spiels von Great War Western Front. Wir werden uns hier im ersten Video mit dem Tutorial beschäftigen. Das könnte durchaus etwas umfangreicher werden, denn bereits in der Demo konnte man das Tutorial spielen. Und es ist sehr umfangreich, weil es auch sehr viel zu lesen ist. Ich weiß nicht, ob sie jetzt vielleicht im fertigen Spiel da auch eine Audioausgabe noch mit hinzugefügt haben. Das macht es etwas leichter, aber das werden wir gleich sehen. Das Spiel, für alle, die es noch gar nicht kennen, ist im Setting des Ersten Weltkriegs angesiedelt. Hat man ja auch im Intro-Video gesehen. Und besteht primär aus zwei verschiedenen Elementen. Ihr habt einerseits eine Weltkarte, also eigentlich genau genommen die Karte der Westfront. Also eine Globalkarte, auf dem ihr eure Einheiten, eure Divisionen, eure Einheiten verschieben könnt. Das Ganze passiert dort rundenbasiert. Also ähnlich, ich sag extra ähnlich, wie bei Panzer Corps 2. Was wir ja auch sehr, sehr umfangreich bei mir hier auf dem YouTube-Kanal gespielt haben. Und der zweite Teil aber, der wird in Echtzeitschlachten ausgefochten. Auf den Gefechtsfeldern, auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs an der Westfront. Das heißt, wir treten hier in den Kampagnen entweder auf der Seite der Alliierten an. Also Franzosen, Briten, Amerikaner oder eben auf der Seite der Mittelmächte. Was dann, ja, Deutschland und Österreich primär sein werden. Wie gesagt, hier im Video werden wir uns gleich erstmal mit dem Tutorial beschäftigen. Denn die Spielmechanik ist durchaus umfangreich. Wenn ihr jetzt schon sagt, hey, ich will das Spiel auch selber spielen, dann könnt ihr das gerne tun. Das Spiel ist auf Steam erschienen und bei meinem Partnershop Games Planet gibt es das Spiel auch zu kaufen als Steam Key. Und ihr bekommt, ich habe es ja auch schon eingeblendet, mit dem Rabattcode GreatOhair auch noch ein paar Prozentchen mehr Rabatt. Ihr bekommt also die Standardversion für 29,92€ bzw. die Victory Edition für 34,19€. Das sind durchaus ein paar Lohnenswerte Prozente. Denn auf Steam kostet die Standardversion 34,99€ und die Victory Edition 39,99€. Ihr spart hier also durchaus ein paar Euro. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, im ersten angepinnten Kommentar, aber auch nochmal rechts oben in der Infokarte. Denkt dran, ihr müsst diesen Rabattcode beim Bestellen an der Kasse eingeben, damit ihr den zusätzlichen Rabatt bekommt. Ich bekomme eine kleine Vermittlungsprovision bei jedem Kauf, den ihr über diesen Link tätigt, ohne dass für euch irgendwelche Mehrkosten entstehen. Ihr könnt mich also mit einem Kauf, sei es jetzt hier The Great War Western Front oder einem Kauf von einem anderen Spiel, über diesen Link bei Gamesplanet aktiv hier in meiner Arbeit auf YouTube und auf Twitch unterstützen. Vielen lieben Dank dafür. So, dann werfen wir einen Blick auf das Tutorial. I want you for US Army, nearest recruiting station. Na dann geht's mal los. Ihr seht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Abschnitte. Und das Ganze ist in Kapitel eingeteilt. Vielleicht teile ich es auch in zwei Videos, damit es nicht ganz so lang wird. Kapitel 1. Die Amerikaner kommen. Mai 1918. Ja, Amerika hat sich ein bisschen Zeit gelassen. Ich log, was mein Alter betraf und meldete mich mit 17 freiwillig. Rückblickend war ich damals nur ein dummer Junge, der Ruhm auf dem Schlachtfeld suchte. Der Feind hatte unsere Schiffe versenkt und versuchte Mexiko auf uns zu hetzen. Und er musste dafür bezahlen. Mein Platoon kam im April 1918 in Frankreich an. General Pershing organisierte unsere Truppen. Und meine Einheit wurde einem französischen Kontingent zu Ausbildungszwecken zugewiesen. Keiner von uns hatte Erfahrung mit der neuen Art zu kämpfen. Und die Schützengräben waren ein ganz schöner Schock. Na dann. Bonjour. Ich bin Oberstleutnant André Laurent. Willkommen in Frankreich. Ich weiß, dass du sofort kämpfen möchtest. Aber wir sind hier an der Westfront. Für die Schützengräben braucht man Erfahrung. Beraterübersicht. In dem oberen Beraterfeld befinden sich allgemeine Informationen oder geschichtliche Inhalte. Im unteren Feld findest du spezifische Anweisungen. Also Beraterfeld Anweisungen. Klicke auf den Haken. Ich wusste es damals nicht, aber Laurent hatte an der Schlacht an der Somme teilgenommen. Er ließ es sich an seiner Stimme nicht anhören, aber sein Blick war immer etwas abwesend. Berater. Vergangenheitsbetrachtung. Mit den nach links und rechts weisenden Pfeilen kannst du dir Dialogfelder noch einmal ansehen. Achtung, das Tutorial wird manchmal die Kamera fixieren. Dann wird rechts unten ein Kamerasymbol eingeblendet. Also hier. Alles klar. Das ist die Abschnittskarte der Westfront mit Regionen in Frankreich, Belgien, Luxemburg und dem Deutschen Reich. In jeder davon wird angezeigt, welche Fraktion sie kontrolliert. Kann man da rauszoomen? Nein. Aber wir sehen es hier. Wir sehen hier Deutschland, beziehungsweise die Mittelmächte. Wir sehen hier zum Beispiel Frankreich. Sehen wir, wir können die Karte nicht mehr oben sehen. In der Ecke sehen wir England oder Großbritannien, die das kontrollieren. In den Abschnitt. Okay. Abschnittskartenübersicht. Die Karte ist in sechseckige Bereiche aufgeteilt, die Regionen heißen. Alle Regionen auf der Karte sind zu Beginn des Spiels unter der Kontrolle der alliierten Nationen. Ich komme direkt zum Punkt. Durch den Friedensvertrag der Deutschen mit Russland sind fast 50 Divisionen deutscher Infanterie freigeworden, die jetzt an die Westfront verlegt werden. Deine Männer müssen die Front verstärken und diese neue Bedrohung zurückdrängen. Abschnittskarte Frontlinie. An der Frontlinie finden die Kämpfe statt. Regionen können nur benachbartete Sechsecke angreifen. Wenn du Regionen einnimmst oder verlierst, wird die Frontlinie entsprechend angepasst. Das klingt soweit logisch. Unsere Zivilbevölkerung sieht dieser deutschen Frühjahrsoffensive mit großer Sorge entgegen. Wer sich Sorgen macht, unterstützt den Krieg nicht, beginnt an unserem Sieg zu zweifeln und spricht sogar von Kapitulation. Nationaler Wille. Den sehen wir also hier oben. Der ist im Moment noch ausgeglichen. 125 zu 125. Spannenderweise ist hier eine britische Flagge und keine französische. Der nationale Wille stellt die Gefühle der Heimatbevölkerung in Bezug auf den Krieg dar. Von ihm hängt ab, ob sie sich freiwillig melden, Kriegsanleihen kauft oder den Konflikt im Allgemeinen unterstützt. Der nationale Wille ist einer der Wege zum Sieg. Denn die Fraktion, die den gegnerischen Wert als erstes auf Null drückt, gewinnt den Krieg. Also man kann nicht nur durch kriegerische Handlungen das Ganze gewinnen, sondern auch indirekt, indem man quasi, ich sag mal, die Moral der Zivilbevölkerung auf Null bringt. Diese Armee darf sich zwar nicht über die Gefühle der Zivilisten sorgen, doch die Bedrohung durch die neue Mannstärke der Deutschen dürfen wir nicht ignorieren. Wenn wir nicht aufpassen, sind sie bald vor Paris. Paris ist hier unten. Sieg, Hauptstädte. Die zweite Methode, das Spiel zu gewinnen, ist das Erobern der Region, in der das Führungsstab Hauptquartier des Gegners steht. Bei den Alliierten ist das Paris, bei den Mittelmächten kreuznach. Das ist hier drüben. Doch Paris ist immer noch sehr weit weg von der Front, beziehungsweise Paris ist immer noch sehr weit von der Front entfernt. Und wir werden es nicht zulassen, dass die Deutschen uns nahe kommen. Abschnittskarte Nationen. Du bewegst die Kamera mit den Tasten WASD, den Pfeiltasten oder durch Festhalten der mittleren Maustaste. Mit dem Mausrad kann man zoomen und klicke mit links auf eine Region, um sie auszuwählen. Äh, hallo? Das, äh, geht dann nicht. Achso, man muss Paris anklicken. Also, ja, klar. Okay. Gut. Die Deutschen können ruhig versuchen, Paris zu erreichen. Aber wir werden sie nicht durchlassen. Wir werden dafür sorgen, dass deine amerikanischen Truppen für die Verteidigung ausgebildet werden. Regionensterne. Ähm, jede Region hat einen in Sterne gemessenen Verteidigungstuf, ähm, Einstufung. Wenn du eine Region angreifst und einen großen Sieg einfährst, wird ein Stern entfernt. Ist der Letzte weg, gehört die Region dir. Pro Runde wird ein Stern für die Fraktion wiederhergestellt, in deren Besitz die Region ist, solange dort nicht gekämpft wird. Okay, sie erklären das jetzt hier anhand von Paris, aber das ist, glaube ich, auch, ähm, durchaus relevant für die, äh, Front, ähm, Regionen. Paris ist außerdem unser Drehkreuz für neue Rekruten und die Herrschung von Munitionen. Tanks und Flugzeugen. Region Boni. Manche Regionen verfügen über eigene Boni oder Merkmale. Paris beispielsweise sowohl von Führungsstab HQ Bonus, der die Stadt zur Siegesbedingung macht, und den Bonus bereitstellen, der dafür sorgt, dass alle neuen französischen Truppen in dieser Region einsteigen. Im Regionsauswahlfenster werden dir alle Boni angezeigt, also hier unten, Führungsstab und Bereitstellung. Unsere Truppen beginnen in Paris und werden von dort an die Front geschickt. Sobald wir deine Truppen aufgestellt haben, werden sie auf dieselbe Weise in Marsch gesetzt. Einheiten und Kompanien. Militärische Einheiten werden auf der Karte bewegt und können unterschiedliche Bezeichnungen haben, doch sie verhalten sich identisch. Beispiel Infanteriekorps und Tankbataillone sind Einheiten. Jede Einheit enthält eine Auswahl an kleineren Gruppen, die Kompanien heißen. Die Zusammensetzung der Kompanien in einer Einheit sind nicht immer identisch. Ein Infanteriekorps kann zum Beispiel mehrere Truppeninfanterie und Artillerie enthalten. Das Ganze sehen wir jetzt hier unten. Wir haben hier also eine Infanterie und eine Panzereinheit und ein Flugzeuggeschwader. Und wenn wir darüber in der Maus zu übergehen, sehen wir auch, was da für Kompanien enthalten sind. Also bei den Panzern zwei von diesen Renault FT-17, wenn ich das richtig im Kopf habe. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Und wir sehen aber die Zusammensetzung hier bei der Infanterieeinheit, bei dem Infanteriekorps, deutlich unterschiedliche Einheiten. Also zum Beispiel verschiedene Infanterieeinheiten, aber auch verschiedene Artillerie, also leichte und schwere Artillerie. Das scheint unsere Feuertaufe zu werden. Ich hatte gehofft, dass wir noch mehr Zeit zum Üben bekommen würden. Aber Befehl ist Befehl, macht euch bereit. Wir sollen also das Chateau Thierry, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, verstärken. Die Aufklärung erwartet einen deutschen Angriff. Der französische Führungsstab verlangt, dass die neu eingetroffenen Amerikaner zur Verstärkung der französischen Einheiten nach Chateau Thierry verlegt werden. Und jetzt sehen wir hier, drei amerikanische Infanteriekorps sollen verlegt werden und zwei französische Tankbataillone sollen dahin verlegt werden. Dafür haben wir eine Runde Zeit und wir bekommen dafür Goldreserven und wir steigern damit auch unseren nationalen Willen, also quasi die Moral unserer Zivilbevölkerung. Du hast die Befehle gesehen. Durch den Zustrom neuer deutscher Einheiten bilden sich immer mehr Lücken in unserer Front. Du musst sie schließen. Einsatzziel. In der Kampagne gibt es keinen Malus, wenn du ein Einsatzzielereignis nicht abschließt. Du bekommst nur keine Belohnung. Im Allgemeinen sind die Belohnungen ihrer Mühe wert, aber letztendlich entscheidest du. Okay. Wir müssen also hier diese drei amerikanische Einheiten hinschicken und die zwei Tankbataillone. Unsere Truppen kämpfen hier tapfer, aber sie haben sich schon lange nicht ausruhen können. Sie werden sich ganz bestimmt um deine Verstärkung freuen. Und hier sehen wir das jetzt auch mit den Sternen. Das heißt, wir können rein theoretisch Regionen mit mindestens zwei Sternen nicht mit einmal übernehmen, sondern nur diese, die hier einen Stern haben. Wenn wir einen überragenden Sieg einfahren, dann können wir rein theoretisch diese Region übernehmen. Aber zum Beispiel hier Stinei oder wie es ausgesprochen wird. Oder, ja gut, Werdan gehört gerade zu uns. Jetzt kann ich auch die Kamera nicht bewegen. Aber hier drüben ist, glaube ich, noch ein Bereich mit zwei vollständigen Sternen. Oder hier, Pierron. Ich spreche das alles höchstwahrscheinlich falsch aus. Bitte seht es mir nach. Ich habe in der Schule Russisch und nicht Französisch belegt. So, also sie kämpfen sehr tapfer. Fehlende Sterne. Du musst einen Sieg der Kategorie großer Sieg, nicht überragend, sondern großer Sieg im Kampf erringen, um einen Stern aus einer Region zu entfernen. Geht eine Region verloren, ziehen sich die restlichen Verteidiger in die nächstgelegenen verbündete Region zurück. Bestimmte Einheiten wie Belagerungsartillerie können bei einem Rückzug nicht bewegt werden und gehen verloren. Wir haben die Region von bla 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 als Aufmarschgebiet für die amerikanischen Truppen ausgewählt. Alle neun amerikanischen Einheiten steigen dort ein. Bereitstellungszone. Vergiss nicht, dass jede Nation über ihre eigene Bereitstellungszone für neue Truppen und Vorräte verfügt, wie im Bonusabschnitt des Regionsauswahlfensters angezeigt. Vergiss nicht, da seht ihr das über... Achso. Gut, also das heißt, es gibt die Briten, die haben eine eigene Aufstellungszone, die Franzosen, die Amerikaner, ähm, die Australier sehen wir hier zum Beispiel auch. Und was ist das? Ich weiß gar nicht, was das für eine Nation ist. Auch irgendwas Britisches. Ähm, die Bereitstellungsregionen sind Kreuznach für das Deutsche Reich, Paris für Frankreich, Calais für Großbritannien und le blablabla für die USA. Alles klar. Bewege die Kamera. Ja, haben wir. Unsere Logistiker fassen die Einheitentypen für eine bessere Übersicht zusammen. Für den Sieg musst du dir jedoch Gedanken darüber machen, wie du sie am besten verteilst. Einheitenaufteilung. Einheiten werden auf der Karte als Stapel eines von vier Typen angezeigt. Infanterie, Tanks, Flugzeuge und Belagerungsarterie. Es ist, was die verschiedenen Grundtypen angeht, ist der Erste Weltkrieg noch, ich sag mal, sehr dankbar, was die Übersichtlichkeit, was das angeht, angeht. Also, da wird nicht groß unterschieden. Ja, das werden wir auch später sehen. Wir haben zum Beispiel bei den Flugzeugen haben wir Bomber und Jäger. Bei der Artillerie haben wir leichte und schwere Artillerie. Und bei den Tanks weiß er nicht genau, wo es da nochmal Unterschiede gibt. Bestimmt auch schwere und leichte Tanks. Ähm, so viele verschiedene Panzertypen gab es ja nun im Ersten Weltkrieg auch noch nicht. Bei der Infanterie ist vielleicht noch ein bisschen mehr Varianz enthalten. Alle vorhandenen Einheiten sind im Infofenster der Region zu sehen. Mit einem Linksklick darauf fügst du sie dem Feld zu bewegende Einheiten hinzu oder zurück. Mit einem Rechtsklick fügst du den gesamten Stapel hinzu. Klickst du direkt auf der Weltkarte auf eine Einheitenstapel, wird auch dieser ausgewählt und hinzugefügt. Das ist, ähm... We have new orders. Ah ja. Achso, hier kann ich sie dann einzeln auswählen. Ah, okay. Unsere Befehle sind klar, die Infanteriekurse nach Chateau-Tierry zu bewegen, um die dort bereits stationierten französischen Truppen zu verstärken. Durch einen Rechtsklick auf die Zielregion werden die ausgewählten Einheiten automatisch dorthin geschickt. So, dann schicken wir nochmal die drei dahin. Also, durch einen Rechtsklick auf die Zielregion werden die ausgewählten Einheiten automatisch dorthin geschickt. Sehr gut. Da laufen sie los. Da muss man schon sagen, eine bessere, hübschere Animation hier auf der Karte wäre schon cool, anstatt einfach nur diese Einheit so stumpf zu verschieben. Aber okay. Gut gemacht. Die Infanterie hat die Lücke in der Verteidigung wie geplant gefüllt. Wir sollten uns genau ansehen, was in Chateau-Tierry noch fehlt. Einheiten stapeln. Einheiten desselben Typs stapeln sich auf der Karte, auch wenn sie unterschiedlicher Nationalität sind. Die am häufigsten vorhandene Nationalität wird oben angezeigt. Trotz der Sprachbarriere scheinen unsere Soldaten sich zu verstehen. Deine Truppen werden nach der Verlegung müde sein und daher vorerst nur für Verteidigungszwecke eingesetzt. Einheiten angreifen oder bewegen. Einheiten können einmal pro Runde angreifen oder sich bewegen. Unabhängig davon können sich deine Einheiten immer verteidigen. Doch wenn du einen Angriff einleitest, können nur die Einheiten daran teilnehmen, die sich nicht bewegt haben. Von einer einzelnen Region aus kannst du nur einmal pro Runde angreifen. Das ist jetzt eine sehr, sehr wichtige, das ist wirklich eine extrem wichtige Info. Denn das ist im Grunde anders als bei Panzerkorps, weil da war es theoretisch möglich, dass man sich bewegen, und praktisch natürlich auch, dass man sich bewegen konnte und kämpfen konnte. Hier ist es jetzt so, dass tatsächlich nur eine der beiden Sachen möglich ist. Und das muss man im Hinterkopf behalten. Genauso die zweite Information. Man kann von einer Region aus nur einmal pro Runde angreifen. Wenn man das jetzt nochmal mit der Information kombiniert, dass man nur mit einem großen Sieg der gegnerischen Region einen Stern abziehen kann, dann heißt das, dass man eine Region, die mindestens zwei Sterne hat, innerhalb einer Runde nur dann einnehmen kann, wenn man aus zwei unterschiedlichen Regionen diese Zielregion angreift. Das ist also extrem elementar für den Erfolg ins Spiel und muss man unbedingt im Hinterkopf behalten. Auf der Highschool hatte ich ein wenig Französisch gelernt, aber es ist etwas anders, ob man seine Sprache im Klassenzimmer lernt oder ob man den ganzen Tag von ihr umgeben ist. Die einfachen Soldaten schienen sich gut zu verstehen, doch die Offiziere machten einen frustrierten Eindruck. Sie tauschten zwar Informationen aus und koordinierten Angriffe, doch sie nahmen voneinander keine Befehle entgegen. Uneinigkeit der Führung, das Vermischen von Einheiten mit unterschiedlichen Nationalitäten in derselben Region kann deren Moral verringern. Es gibt drei Gruppen, Großbritannien, Kanada, Australien und Indien sind Gruppe 1. Also die ganzen britischen, das wird dann vermutlich hier Indien sein oder eventuell Kanada, wobei die kanadische Flagge, na egal. Also die ganzen britischen bilden eine Gruppe, Frankreich ist Gruppe 2 und Amerika ist Gruppe 3. Das ist eigentlich relativ logisch, heißt aber auch, dass man als Alliierte in der Kampagne sehr darauf achten muss, wo man in welchen Regionen wie die Einheiten verteilt. Man sollte es also möglichst verhindern, da einen großen Mischmasch zu machen. Wenn sich Einheiten aus mehr als einer Gruppe in derselben Region befinden, erleiden alle einen geringen Malus auf Moral. Belgien kann mit den Gruppen 1 und 2 gestapelt werden. Die Mittelmächte haben keine Probleme mit Uneinigkeit in der Führung. Das ist also im Grunde ein kleiner Vorteil bei den Mittelmächten, dass man da diese Vermischungsproblematik mit der Moral nicht hat. Wenn du dir unsicher bist, welche Befehle du erteilt hast, sieh dir in deinem Protokoll nach. Okay, hier oben. Aktives Protokoll. Im Ereignisprotokoll sind alle aktiven Ereignisse und ihre Dauer aufgeführt. Klicke auf die einzelnen Ereignisse, um ihr Pop-Up aufzurufen. Mit einem Klick auf das Ausrufezeichen schaltest du zwischen aktiven und abgeschossenen. Okay, dann machen wir das nochmal. Also hier sehen wir das quasi nochmal. Alles klar. Dann können wir das wieder schließen. Wir wissen, dass es dauern wird, bis deine schweren Waffen über den Atlantik transportiert werden. Ich habe mir daher erlaubt, einige unserer Tanks für dich zu requirieren. Ich habe gehört, dass deine Männer sie sehr mögen. Tanks aller Typen werden ähnlich wie Infanterie gestapelt. Vergiss nicht, dass du den ganzen Stapel direkt auf der Karte auswählen kannst. Oder du kannst die Region Paris auswählen und per Linksklick die einzelnen Tanks hinzufügen. Ich klicke mit links auf den Tankstapel. Der Tankstapel ist... Ach hier. Und dann bewegen wir die Kollegen mal dahin. Damit haben wir diese erste Aufgabe auch abgeschlossen. Wir bekommen die Goldreserven und den nationalen Willen. Und damit wechseln wir ins zweite Kapitel. Gefechtsvorbereitung. Der Führungsstab hat uns Goldreserven gewährt, damit wir deine Befehle ausführen können. Diese wichtige Ressource wird von Offizieren genutzt, um alle möglichen wichtigen Gegenstände für die allgemeine Kriegsführung zu beschaffen. Das ist im Grunde unsere Währung, mit dem wir Einheiten kaufen können. Goldreserven werden für alle Käufe auf der Frontbefehlshaberstufe verwendet. Damit erwirbst du neue Einheiten wie Tanks und Flugzeuge, Gebäude sowie strategische Fähigkeiten. Einer der wichtigsten Verwendungszwecke ist das Kaufen von Nachschub für Gefechte. Zu Beginn jeder Runde erhältst du zusätzliche Goldreserven. Und da waren sie, unsere ersten Angriffsbefehle. Wir würden über die Grabenkante klettern, um die feindlichen Linien anzugreifen. Wir alle spürten die Aufregung, die Angst, die Nervosität und die Verwirrung in unseren Eingeweihten. Einen Monat später sollte uns klar werden, dass manche von uns nicht heimkehren würden. Ja, okay, wir sind im Ersten Weltkrieg. Einsatzziele. Die meisten Einsatzzielereignisse müssen nicht in der Runde ihrer Zuweisung abgeschlossen werden. Normalerweise hast du drei bis fünf Runden Zeit dafür. Du solltest immer erst die Lage prüfen und den optimalen Angriffszeitraum wählen. Der französische Führungsstab glaubt, dass ein Sieg bei Chateau-Soumane, wie gesagt, bitte gebt nichts auf mein Französisch, deutsche Truppen dorthin locken und ein wenig von dem Druck auf Chateau-Tier nehmen wird. Ein gutes Ergebnis würde auch zu einer positiven Meldung für die Heimatfront führen. Also, wir sollen französische Truppen bei Mont Mireille verstärken und wir sollen Chateau-Soumane erobern. Dafür haben wir zwei Runden Zeit und als Belohnung bekommen wir nationaler Wille und eine anscheinend sehr gut ausgebildete amerikanische Tankbataillon. Alles klar. Ohne vernünftige Aufklärung kann kein Gefecht stattfinden. Wir fliegen zu diesem Zweck zwar sogar über Feindgebiet, doch diese Informationen veralten schnell. Gegnerische Regionen Das Auswählen einer Region ruft jede Menge Informationen auf. Bei feindlichen Regionen sind für dich die meisten davon jedoch nicht sichtbar. Du kannst die genaue Zusammensetzung einer gegnerischen Armee oder wirtschaftlichen Details nicht einsehen, zumindest nicht zu Beginn. Ähm, ja, Zusammensetzung der Korps in der Region, unbekannt, Gesamtkors in der Region 7. Also hier sollen 7 Kors sein. Wir wissen aber nicht genau was. Wir wissen also nicht, ob es nur Infanterie, ob da Panzer dabei sind oder vielleicht auch Artillerie. Wähle, äh, Mont Mireille. Mont Mireille ist hier. So, sehr gut sind auch die Aufklärungsdaten von unseren Spionen in der Gegend. Sie besorgen uns die erforderlichen Informationen und leiten sie an den Führungsstab weiter. Aktuell brauchen wir Daten über ihre militärische Stärke. Spionagefähigkeiten. Spionage-Missionen ermöglichen es dir, Spione in angrenzenden Regionen des Gegners zu schicken oder deine eigenen direkt zu schützen. Die regionale Aufklärung deckt Informationen über die Wirtschaft und Gebäude deines Feindes auf. Die Heeresaufklärung zeigt dir seine Einheiten. Beide Missionen werden in deiner eigenen Region eingeleitet und wirkt sich auf alle benachbarten feindlichen Einheiten aus. Es gibt also zwei verschiedene Typen von Spionage. Es gibt die, äh, regionale Aufklärung und es gibt die Heeresaufklärung. Alles klar. Hier haben wir die Heeresaufklärung, hier hätten wir die regionale Aufklärung. So, Missionsbericht. In vollem Gange. Drei Runden. Erfolg. Ich habe einmal so einen Spion kennengelernt. Nerven aus Stahl. Du musst zäh sein, um hinter den feindlichen Linien zu überleben, weil du mit jedem Schritt dein Leben riskierst. Beschränkungen zur Spionage. Bei deiner ersten ausgeführten Spionage-Mission gelingt jede Runde. Ah. Doch in allen Folgerunden steigt der Risikofaktor für sie. Sie können fehlschlagen. Wenn eine deiner Missionen fehlschlägt, ist dein Gold weg. Du erhältst keine zusätzlichen Informationen und du kannst für den Rest der Runde nicht mehr spionieren. Das kostet also auch Gold. Ach ja, 180. Hier habe ich jetzt gerade nicht auf den Preis geguckt. Ähm, das... Ja, okay. Klicke zum... Naja, ist klar hier. Und Tribjone melden, dass neue Aufklärungsdaten gibt. Ergebnisse. Missionen der regionalen und Heeresaufklärung wirken sich auf alle benachbarten Feindregionen des Feldes aus, indem sie aktiviert wurden. Auch wenn der Feind Gegenspionage in einer Region davon betreibt, sind die anderen meist trotzdem davon betroffen. Zieh dir die Ergebnisse der Mission an, indem du die betreffenden Feindregionen auswählst. Das ist ein bisschen komisch formuliert, gerade was diese Gegenspionage angeht. Wir sehen also jetzt, er hat eine Panzereinheit, also A7V. Also ein Panzerbataillon nehme ich mal an, oder ein Korr. Und eine Infanterieeinheit, die aus einer Infanterie- und zwei Artilleriebataillonen besteht. Und hier nochmal ein größeres Infanterie-Korps mit drei verschiedenen Infanteristeneinheiten und einer leichten und einer schweren Artillerie. Unsere Spionale melden einen Großaufmarsch deutscher Truppen. Es sind mehr, als wir ursprünglich dachten. Na wieso, es sind immer noch sieben. Das verstehe ich gerade nicht. Ich muss gerade nochmal lesen. Die aktive Heeresaufklärung meldet ihr genaue Anzahl und Art der Einheiten. Die regionale Aufklärung deckt feindliche Gebäude. Das haben wir schon mal gelesen, ja. Die Nummer unter den Symbolen zeigt dir, wie viele Runden die Fähigkeit in der betreffenden Region noch aktiv ist. Ah ja, hier, drei. Manche Fähigkeiten wie Diebstahl und Sabotage werden direkt in einer feindlichen Region aktiviert und gelten nur für diese. Alles klar. Durch diese neuen Informationen ändert sich der Plan ein wenig. Wir werden unsere Truppen mit dem verbleibenden amerikanischen Kurs in Le... Blablabla verstärken müssen, wenn wir Erfolg haben wollen. Vergiss nicht, dass wir den gesamten Stapel direkt... Ja, okay. Also, wir nehmen die Amerikaner und schicken die da hin. Wir brauchen jeden Vorteil auf dem Gefechtsfeld, um die Deutschen abzuwehren. Der Führungsstab hat uns Goldreserven für die Beschaffung neuer Tanks übertragen. Neukauf. Du kannst keine zusätzlichen Infanteriekorts kaufen. Sie werden dir durch deine Kampagnenfortschritte oder durch Ereignisse gewährt. Allerdings ist der Tausch von Goldreserven gegen Tanks, Flugzeuge und Belagerungsartikel im Kaufmenü möglich. Das ist insofern wichtig, weil man dadurch natürlich sehr, sehr aufpassen muss, wie man seine Infanterie einsetzt. Weil wenn die einmal weg ist, dann kann man sie quasi nur durch Kampagnenerfolge neue bekommen oder durch Ereignisse, die man erfüllt. Und das kann es dann schon etwas schwieriger machen, da entsprechend an Infanterieeinheiten zu kommen. So, wir wollen ins Kaufmenü hier links unten. Und kaufen jetzt Panzer. Jede von dir gekaufte Einheit besteht aus mehreren Kompanien oder Geschwadern. Im Gegensatz zur Infanterie können diese im Menü erworbenen Truppen jedoch völlig im Kampf vernichtet werden. Wenn das passiert, musst du Ersatz besorgen. Da sind unsere Panzer. Wir machen das Menü zu. Und wir verlegen unsere Panzer dahin. Sehr gut. So, in diesem Gefecht wäre Luftunterstützung von Vorteil. Die Aufklärung ist wichtig, aber wenn wir uns auf die Schützengräben konzentrieren und unsere Einheiten auf das Gefechtsfeld verlegen wollen, müssen wir feindliche Bomber und Ballonjäger von unseren Linien fernhalten. Wir nehmen die Flugzeuge und verlegen die dann hier hin. Flugzeuge können Bombenangriffe und Luftüberlegenheitsmissionen zum Abschießen feindlicher Flugzeuge ausführen, Ballons zerstören etc. Sie lassen sich nicht direkt steuern. Das werden wir später auch noch sehen. Zur damaligen Zeit waren die Maschinen normalerweise nicht mit Funkgeräten ausgeschaltet, sondern führten ihre Befehle autonom aus. Und damit wechseln wir ins Kapitel 3 Nachschub und Gebäude. Und das, liebe Freunde, werden wir aber in dem nächsten Video machen, damit wir hier das Ganze nicht zu sehr in die Länge ziehen und ihr euch erstmal einen ersten Eindruck hier vom Spiel und vom Tutorial holen könnt. Ich hoffe, ihr habt Bock. Lasst mir gerne euer Feedback in den Kommentaren da. Im nächsten Video werden wir dann den Rest des Tutorials spielen und dann auch in den kommenden Videos in die Kampagne einsteigen. Ihr könnt mir ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welche der beiden Kampagnen wir als erstes spielen sollen und mit welcher Kampagne wir anfangen sollen. Nochmal der Hinweis, wenn ihr euch das Spiel kaufen wollt, bis zum 30.04. könnt ihr mit dem Rabattcode CREATEOHARE bei Gamesplanet das Spiel in der Standardversion für 29,92 Euro bekommen oder in der Victory Edition für 34,19 Euro. Das sind bei beiden Preisen etwas mehr als 5 Euro Rabatt im Vergleich zum Steam-Preis direkt. Den Steam-Key gibt es bei Gamesplanet. Den Link dazu unten in der Videobeschreibung, im ersten angepinnten Kommentar oder rechts oben in der Infokarte. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Mein Dank geht auch raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt. G-Morn-Fan, Kulle, Gorwin, Kirtano, Karbein, Baron und Rohrblitz. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher. Und wir sehen uns dann wieder zu einem neuen Video.